Hamak AG heiße Jobs für coole Menschen zu Gast bei LAN Computer Systems. Die LAN Computer Systems ist ein Vorort-Full-Service-System-Integrator für Netzwerke sowie Hard- und Software. Das Unternehmen beschäftigt in Biel und Bidgen rund 30 Mitarbeiter. Der Kundenkreis der LAN Computer Systems umfasst vorwiegend Unternehmen und Schulen im Espas Mittelland sowie im Berner Jura. Die bereits seit 17 Jahren bestehende Partnerschaft mit Hewlett Packard ermöglicht der LAN Computer massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, zu implementieren und zu warten. Mir ist eigentlich generell wichtig, dass die Mitarbeiter zu uns passen, dass irgendwo die Chemie stimmt unter den Mitarbeitern, natürlich dass sie ihre Skills haben, dass sie ausgebildet sind, dass sie das, was wir technisch von ihnen verlangen können. Aber ganz wichtig wirklich, dass das Team stimmt, dass untereinander die Chemie stimmt, dass sie miteinander zusammen die Aufgaben erfüllen können, die wir zu erfüllen haben bei den Kunden. Von den persönlichen Eigenschaften denke ich, ist ganz wichtig, dass die Leute flexibel sind, dass sie sich selber einbringen, dass sie wollen einbringen, dass sie Freude haben am schaffen letztendlich. Ja, ich denke, dass sie so die wichtigsten Punkte, also wiederum nebst dem, dass sie technisch top müssen sein, dass sie Erfahrungen müssen und und und, aber einfach, dass sie eine Eigenmotivation mitbringen, dass sie den Job erfüllen können. Eigentlich, denke ich, müsste man das fast die Mitarbeiter fragen, was das uns wirklich auszeichnet. Aber wir gewähren die Flexibilität, wir lassen die Leute das machen, was sie können, wir lassen die Leute gemäss ihren Talenten arbeiten lassen. Also mir ist wichtig, dass die Leute ihre Talente einbringen können und, wenn mir das wichtig ist, muss ich sie nachher noch den Talent entsprechend einsetzen. Also wenn, beim Rekrutierungsprozess geht es gleich wieder ein bisschen das Gleiche, also für mich ist das Bauchgefühl ganz wichtig, also der Mensch muss mir sympathisch sein. Ich muss das Gefühl haben, er hat eine Eigenständigkeit und ich stelle mir zum Beispiel bei jedem Bewerbungsgespräch immer die Frage, möchte ich denn mit dem auch mal ein Bier trinken oder so? Also einfach, das muss stimmen irgendwo in der Chemie. Also die Zusammenarbeit bei PARMAG ist für mich sehr spannend und sehr angenehm, weil ich das Gefühl habe, ich werde dann ins Zentrum gestellt. Es geht irgendwie nicht darum, dass man mir einfach ein Kandidat vermittelt, es geht nur darum, ich muss jetzt einen unter Dach und Fach bringen, sondern ich habe das Gefühl, es geht wirklich darum, dass dieser Job besetzt werden muss durch den bestmöglichsten Mitarbeiter und da stand ich im Fokus und meine Bedürfnisse und nicht das Bedürfnis, dass einfach einmal jemand vermittelt werden muss. Die Eigenschaften von PARMAG, die ich erlebe, ist sehr, sehr flexibel. Es geht ganz fest auf meine Bedürfnisse ein. Wir haben die Möglichkeit, miteinander auch einen Rückfall oder einen Rückschlag mal zu verarbeiten. Und wenn ich sage, mir passt es vom Bauch her nicht, dann fühle ich mich verstanden von Herrn Brejanovic und fühle mich ernst genommen. Das schätze ich sehr als Eigenschaft.